Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorption Plays. Es gibt nach Ewigkeit mal wieder ein FIFA-Match gegen den Anton. Yo! Und zwar ein Klassico. Ich hab sogar so lange kein FIFA mehr gespielt, das ist unglaublich. Ich hab auch gerade richtig Bock, deinen Schwanz zu lutschen. Wir haben noch andere Videos gemacht, die könnt ihr auf jeden Fall auschecken, sind alle verlinkt heute. Ein relativ unerfolgreiches ist dabei. So krank, was da los ist, Leute, ich packe das gerade überhaupt nicht. Hat er vielleicht 200.000 Aufrufe oder so das Video gehabt, noch eine Stunde? Ja. Sick. So, komm mal her. Komm, wir gehen rein. Wir haben absolut keinen Skill mehr, also ich hab keinen mehr. Okay, andere werden jetzt sagen, ich hatte nie Skill. Oh, wir gehen rein. Heute mal ungecuttet im Übrigen. Was für eine Kombination, da ist das Tiki-Taka. Ah, den hab ich. Und jetzt mal... Die Ballannahme, die Ballannahme. Ob der Gang kommt natürlich perfekt an, nee, doch nicht. Digga, ich hab auch nie FIFA gespielt, so fühl ich mich gerade. Oh, ich dachte, ich komm mal vorbei. Und noch den Kameramann getunnelt, der gibt mir noch einen Kohle aus. Guck mal an so. Ah, komm. Geh rein. Gewin. Ach. Aber Bates sind echt wieder gut geworden, Leute. Also geht zumindest wieder... Der hat übelst ab, Alter. Der macht übelst viele Kopfhaut, oder? Wenn es mit dem Fuß nicht mehr klappt, der alte Kumpfurt. Wir sind ja die besten Fußballspieler, haben wir ja gestern bevielten. Ja, ja, klar. Wir haben so viele Videos jetzt schon wieder gemacht. Das ist so richtig nice. Das ist nice. Und früher haben wir dann, wenn wir zusammengechillt haben, immer keine Videos zusammen gemacht. Das ist eigentlich so behindert. Dann haben wir doch ganz anders YouTube gemacht. Ja, der ist dann nicht mal an einer Person vorbeigegangen. Ja, wir haben uns auch früher nicht mal so richtig verlinkt. Ja, das ist voll komisch, irgendwie. Also die neuesten Videos halt so gegenseitig Cross-Promo gemacht. Ah, hätte ich den jetzt dann... Nein, wenn wir ein Video gemacht haben, dann nur für einen Kanal. Für behindert eigentlich. Wow. Wow, shit. Hast du, Digga. Save. Und Ronaldo? Nimm ihn mal gut an, Digga. Jawohl. Geh rein, gewinnen. Und der Bessere wird gewinnen. Komm, ich nicht erst da. Guck mal, wie Adatouren jetzt hier abgehen. Oh, Benzema hat Platz, der alte Sextape weiterschicker. Ja, hat auch oben das Auge. Und zwar für wen? Natürlich für... Oh, 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 oh. Wer hat's gemacht, Digga? Ich hab's gar nicht gesehen. Das ist Cross? Nein, doch. Cross. Nee. Der Kartoffel-Fresselmann. Guck dir's mal an. Eigentlich hätte natürlich jetzt der Gareth Bale das Kopfballtor erzielen müssen, aber dann... Aber er hat schon krass in den Winkel, ne? Digga, Cross ist schon heftig, Digga. Cross ist auch heftig. Cross geht rein. Weißt du, wie der eine Trainer nicht spielen hat lassen, Benitez. Bastard. Jetzt ist ja Zidane Trainer von Real. War natürlich auch sehr schlecht als Spieler. Ja, Zidane hatte so eine schlechte Karriere. Hat Marco Materazzi noch schnell den Kopf in die Brust gerahmt. Als Career Ender. Mein Schwager war 30 Meter oder so entfernt als das da passiert ist. Digga, das war richtig nice. Marco Materazzi ist so ein richtiger Spast. Alles klar, Digga. Ich wollte eigentlich einen anderen Trick machen, aber... Kennst du natürlich alle Tricks in- und auswählen, Digga? Ja, natürlich. Ja, aber auch, ich drehe immer nur am Stick. Na gut, so ein paar kennen schon. Ja, okay, stimmt schon. Jawoll. Oh, nein. Oh, schöne Gretche. Schöne Gretche. Oh. Ah, der Alvis spielt hier riskant. Aber komm da. Nein, ist schön. Komm, Michi, Michi, Michi. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Oh, das war richtig schön gewesen. Schade, Mann. Du machst immer diesen Trick und verfixt mich immer damit tot. Verfixt mich tot. Was hab ich gestern auch gesagt? Ich wollte sagen, verflixt und zugeleht. Du hast gesagt, verflucht und zugeflixt. Verflucht und zugeflixt. Das ist ein richtiger Anton-Satz, einfach. T, 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 t. Ü, ü. Oh. Geil. Oh. Oh. Nein. Oh. Stöhn. If I was your boyfriend. Wir müssen gleich Kiwi retten, Leute. Wir fahren gleich ins Gaming-Haus. Und Kiwi, ähm. Er hat mich vor drei Tagen schon mit dem Satz angeschrieben. Anton, wann kommst du? Ich sag so Sonntag. Also am Donnerstag hat er das mir geschrieben, Leute. Und er sagt so, bring mal was zu snacken mit. Als ob es in drei Tagen nicht schafft es dir was zu holen. Und heute schreibt er noch so, ey, hier ist es voll kalt. Heizung funktioniert nicht und so. Ich hab alles probiert. Er friert einfach und hat kein Essen dort, Alter. Aber er hat Hände wenigstens. Ja. Ist eigentlich mehr wert. Solange das hat, ist er das gut. Boah. Komm. Bring mal was zu snacken mit. Ah, Mann. Ich hab so heftig gelacht im Taxi. Ah, schade. Komm mal da, du ran. Früher, weil er die Klassikos, als Anton noch seinen Zweitschein hatte, da war er immer, oh, keine Videoidee, Marcel aus meinem Klassiko aufnehmen. Oh, oh, krank. In der Tops noch ran. Das ist meiner, Digga. Jester, der hat nicht so einen Longshot, aber wir spielen aber nochmal auf außen. Wie du in Jester ausgesprochen hast? In Jester. Scheine. Scheine. Du hast genau so ausgesprochen, ich spürst dir. Danke. Super. Nein. Suaros und Ehemanns sind auch voll schlecht, diese Saison. Ja, allgemein, das Trio ist einfach belastend. Ach, geh rein. Oh, da oben. Bail, 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 Bail. Nein, nein. Den sieht er doch. Den sieht er doch. Als ob, Digga. Oh. Ey, das war schon Disrespect eigentlich, wie du das lässig machen wolltest. Ja, Digga, kann man schon mal riskieren. Wie geh rein. Gewin. Komm, Tau, bist du noch da? Alles klar, Digga. Guck, ein paar Wachriss. Ja, gute Ballannahme. Und direkt jetzt in den Angriff eingeleitet. Das war nämlich der Trick. Ball. Ja, ich wusste, du schießt. Das ist ein Tor gewesen, Digga. Was sagt doch immer? Dieser Trick, der klappt bei mir. Ich kann noch nichts machen dagegen. Ey, geh doch rein. Kevin. Spielturan, nice. Digga, FIFA hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, ne? Ja, ich will nie wieder aufhören. Oh, da oben ist einer frei. Da oben ist einer ganz, ganz frei. Oh, was war das für ein Schüsschen? Schüsschen? Scheune. Oh, ist das Zucker. Ist das Zucker. Das kommt auch an, ja. Ach, und dein Bale verkackt. Schön abgelaufen. Oh, was war das für eine Bewegung? Das war der hellen Trick, den ich jemals gesehen habe. Das war der 3 gegen 3 Situation gewesen, ne? 1-0 zur Halbzeit hier für Real Madrid. Wann ist das nächste Real-Life-Klassiko? April. Da gehe ich auf jeden Fall safe in dem Kampel. Natürlich, Digga. Sehr schnell, ey. Nein. Oh, Ronaldo, der klebt am Ball. Das ist ja nicht mehr normal. Hat er das Auge nochmal für Ronaldo? Oh. Scheune. So reden wir im Übrigen normalerweise. Deswegen lasse ich auch heute umgekattet, Leute. Oh, oh, oh. Also ganz so aufgeregt ist man dann doch nicht. In den normalen Aufrägen. Nein, ein Trick zu viel. Schick mal Ronaldo, Digga. Lauf mal ein bisschen, Digga. Was ist los mit dir, Digga? Dann lauf ich ab. Ja, okay, komm mal her, Digga, komm. Der Shakira-Ficker, der fickt ihn jetzt. Komm her! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der Move vorher war so krank. Und Toni Kroos mit seinem... Ich hab noch nie mit Kroos in einem Spiel zwei Tore gemacht. War abseits, Digga. Was? Oh mein Gott! Aber Digga, gib zu. Mit Ronaldo, das war schon... Ja, war billig. Alles klar, es gibt's. Komm, Digga, jetzt bestrache ich dich. Nein. Komm, geh rein! Er ist richtig noch in die Stellung, er hat reingerushed. In die Stellung. Oh nein. Na, ein bisschen... Digga, ich pack den Trick nicht, den ich mit Ronaldo gerade ausgepackt hab. Oh ja. Oh, ich wollte schießen, Turan. Da ist jetzt viel Space für den Konter und natürlich über Bale, über wen sonst. Und Bale schickt wieder Benzema und Benzema schickt wieder Bale und Bale sieht da oben jemanden. Geh doch rein! Ich will sie jetzt so schön machen. Oh ja. Oh, ich weiß. Es sieht sie vorbei. Jawohl. Fuck, ey. Und mein Ball, Digga. Stark. Oh, my shit, Mann. Stark. Das war ein nizer. Digga. Lol, hey, hey, hey Ich dachte du hast zu dem unten gespielt Wir gehen rein Oh, Mann Mein Ball wenigstens, nein Komm schon, bitte jetzt Alter, was hat der für einen weiten Abschlag? Ich kann mein Tor machen Lol, wie perfekt er war Mein, er ist am Schiri hängen geblieben oder so Schiri, Scheune Oh, altes, alles klar Das ist jemand richtig nervös, Digga Da kann ich das schon mal verstehen, wenn man das macht Ach, komm, Bale Geh rein, ja, mein Ball Jawohl Einwurf, ne Ecke sogar, nice Groß Auf Ronaldo Gewinn doch das Kopfball-Duellnehmer Ich hab ihn sogar extra gedeckt Und, Cristiano, Cristiano Ist gut, Digga, ich hol noch auf Ich weiß noch einmal, als du 3-0 gefilterst Oh, ja, das weiß ich auch noch, Digga Das Video hat so viele Klicks Ist mein dritt beliebtes Video oder so auf Scorpion Place Man, ich dachte, du gehst nicht so ran Nicht so rein? Ah, ah Ui Geh doch rein! Achso Aus... Nein, oben AI, AI, AI Ui, ui, ui Nein, das ist meiner Digga Oh, nein Ja Mann, alter, ist doch quasi so wie in Elfmeter Aber ist halt, Raketitsch denn, no-Hand Grüße an Mert an der Stelle mal, Mert ist echt korrekter Dude aus Bayreuth, sehr korrekter Dude. So auf dem Foto auf Twitter drauf, könnt ihr mal vorbeischauen bei Twitter, sowieso mal, wollte ich immer mal sagen, Instagram und so, könnt ihr alles mal folgen. Woah, Gott sei Dank, geh ich rein und gewinne, oh, Christiano, ja, okay, ja, alles geplant. Jetzt kommt das 70 Meter Solo, was er, er hat's im Kopf schon zu Ende gespielt. Ich will auch jetzt nicht abspielen, Digga, das geht einfach nicht, nein, ein, oh, komm Mann, Alter, das kann nicht sein, ey, flawless oder was, ich, ohne Mist, ich verliere lieber 5-1 als 2-0, das ist schlimm, lass doch durch, ein weiter, Mann, was machst du, du, ey, warum hat Aratura dann die Nummer 2, am Ende, die sieben, nein, oh, Gott sei Dank, fick dich, nice, Jo. Oh, mein Gott. Ja, ich wollte so frech. Warum? Ich wollte zu Neymar passen, Alter. Ja, ich muss jetzt ein schnelles Tor machen, das ist doch eigentlich möglich. Bail, hallo. Oh, hast mich gut aussteigen lassen, Digga. Wie gute Busfahrer. Der war nice. Leute, ihr müsst in die Kommentare schreiben, hashtag nice. Hä? Fuck. Jawoll, schön, schön, schön. Oh, so predictable, mein Lieber. Ja, hast du mich gelesen wie ein Buch? Alles klar, der war wiederum nicht nice. Digga, der ist halt wiederum alt. Oh, die ganzen Sluts, die Anton immer schreien, das nervt. Dieser ist... Ja, ist auch krass. Ja, nein. Meine Mutter hat mir Glück gebracht. Ja. Turanamana. Glück gebracht. Wir machen gerade Video, Mama. Wir nehmen gerade ein Video, also, wir sind gerade live in der Aufnahme. Sag mal Mutter, hier ist Mutter von Barca. Ja, ich bin Mutter von Barca. Oh, wie du sie zwingst. Ja, wie so traurig. Ja. Ach. Nein. Schön aussch... Nein, schui! Ich wusste, was du das jetzt sagst. Jawoll, komm. Komm, jetzt noch mal, hast noch mal richtig schön Platz, hast noch mal richtig schön... Ja, der kann ja laufen, der Typ, das kann er ja. Wenn er irgendwas kann, dann ist es ja laufen. Ja, und dann so ein Dreckspass, das gibt's nicht. Genau, sie klebt, klebt. Klebt! Klebt! Nein! Ja! Na! Oh nein! Oh, warum mach ich diesen Trick, Alter? Ich dachte... Da läuft doch einer sich frei, oder? Trigger, bitte nicht. Ein Zimmer geht nicht hin, er geht nicht rein! Bitte steht da einer, nice. Komm. Nein, er hat ihn gelocht! Oh Gott. Nein, er macht falschen Lauf, die scheiß Gebissfresse! Jawoll! Okay, gut, kann man nichts machen, aber 2-1 ist ein realistisches Ergebnis. Ja. Lasst auf jeden Fall für das Video gerne ein Like da, checkt die anderen Videos aus, die wir gemacht haben. Und dann würde ich noch sagen, checkt auf jeden Fall Antons Kanal ab, auch ein guter Junge. Danke. Haut rein! Bis zum nächsten Mal, Leute! Muuuuh!